Heute geht es wieder um Loaded, was ihr euch gewünscht habt und zwar soll ich mal Rattenkönig mit Hanisch des Jagdfalken und entweder Shaiyura oder eine Sniper testen, auf leere natürlich. Hier bin ich. Hier ist die Echsebrust, da ist mein Rattenkönig, das ist die Shaiyuras die ich spielen werde. Und natürlich auch eine Sniper dabei, die wird nicht so oft benutzt, doch das wäre die Sniper. Ich kann direkt mal sagen, oh mein Gott, dieses Loaded hat es mir echt angetan, das war unfassbar geil, hat mega Spaß gemacht. Kurz zur Erklärung, was es macht. Rattenkönig, wenn ihr einen killt, werdet ihr unsichtbar, wenn ihr nachladet nach dem Kill. Plus, Hanisch des Jagdfalken ist, sobald ihr unsichtbar seid und wieder sichtbar werdet, macht ihr Bonusschaden. Ist ein bisschen falsch beschrieben, denn ihr erhaltet erst diesen Bonusschaden, wenn ihr nicht mehr unsichtbar seid. Sprich, direkt, wenn ihr nicht mehr unsichtbar seid, bekommt ihr diesen Damage-Waff, der 2 bzw. 3 Sekunden anhält. Und ich kann euch sagen, damit ratet jede Waffe absolut krass weg. Hat mega Spaß gemacht zu spielen und ich will nicht länger reden, ab ins Gameplay, let's go. Okay, jetzt bin ich nochmal unsichtbar, richtig. Okay, ich verstehe es. Das heißt, ich laufe theoretisch durch, gehen unsichtbar mit dem Buff-Damage rum. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was macht der? Ey, geht's ihm gut? Alles gut, alles gut. Auf B sind ein paar. Auf B waren ein paar. Nachladen, ganz schuldig. Sobald ich sich mehr werde, habe ich extra Damage. Oh Gott, alles gut. Ich habe Doppeljump. Du hast Doppeljump mit Raubein. Okay, das ist schlecht. Okay, ich habe ihn. Alles gut. Ich habe Doppeljump mit den Ragex gebraucht. Die Kombi ist cracked. Alter, Rupert chill. Oh mein Gott. Komm, noch einer. Ich bin dabei. Oh, links in Barrieren. Und da gucke ich auch die richtigen Lobbys nachher aus. Ich bin auch da. Ich bin tot. Ich habe einen Scherz. Greifachbogen. Aber keine Ahnung, wie der funktioniert. Also noch mehr. Oh, das sind noch viel mehr. Ich glaube, die dürfen mal wieder Autos hier entspannen. Oh mein Gott. Das ist ja absolut unfair, wie das schreddert. Hä? Das ist ja mega unfair. Okay. Geht ja damit. Selbst Red Damage. Woohoo. Ben Invis. Die Wolken B. Das hat die Galle waren. Ey, Red King macht mega fun. Das ist okay. Das ist shit. Warte. Bin blind. Alles gut bin blind. Oh mein Gott. Das rattert so weg. Ich war zu greedy. Viel zu greedy. Ich habe zu spät gesehen, dass sie zu dritter stehen. Ja gut, dann haben wir auch noch. Ja. Ey, die Kombi ist absolut krass. Vor allem halt mit Dragon, wo ich durchgehend ohne Sieber wäre. Das ist so geil. Oh mein Gott. Zwei, 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 zwei. Hinten? Ja. Drei, 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 drei. Einer war one davon. Ich komm, ich mach auch. Ja, der Team hat sich geblokiert, der blaue. Ich so fliege ich andauernd durch die Gegner. Er ist one. So hast du es in der Zeit. Bis. Ey Mann, bitte hör auf, damit ich will doch nur den Heavy. Ja, je. Melee kann nicht. Oh mein Gott, danke schön. Oh, never mind. Ein Problem. Naja, aber auch ziemlich langweilig, ne? Alten, fair. Ah, das ist gut. Futschku. Fuck. Futschku. Oh, ich. Wahrscheinlich trifft sie mich. Ach ja. Nice range. Oh Gott. Badies treff ich. Frech. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Alles gut, alles gut, alles gut. Kupi ist tot. Aber wir hatten one to one. Er hat es gewonnen. Er soll herkommen zu. Ob zwei. One to one ist gar nicht. Zumindest gewinnen. Wow, der konnte. Ach Mann. Fuck, ich hab schon an die Überziehung. Oh. Er holt mich. Solo. Und hin dann schon vor mir. Ganz egal, sie kommen jetzt. Den hol ich noch. Oh Gott. Das war es ihm wert, ne? Das war es ihm so wert. Das sehen wir mal. Komm, kopie, wir nehmen die Hobbs. Ah, die sind rechts im Mech. Das war absolut Hobbs genommen. Ja, da hat er gesagt, wir machen die jetzt. Das ist korrekt. Ja, Chrissy und so. Rechts. Rechts ist one. Ich bin nicht da, wenn ihr zusammenfällt. Ja, sein Ernst. Ui, da bin ich raus. Ja, und er bleibt da drin, hä? Und in der Stunt vollkommen. Ich habe ihn nicht getroffen. Nein. Schlüppel ich nicht. Er hat die Späsche gekriegt. Please, schießt bevor du da bist. Ich kann nicht schießen. Oh mein Gott. Alles gut. Er leckt ein bisschen. Er leckt ein bisschen hart. Wieder zwei, naja. Da sind noch mehr. Oh. Nein, der andere ist auch in Big Smoke. Let's go. Der hat einer Jade Revit, der hat Cookies Video geguckt. Ey, Mann. Und rechts drin. Sad. So hast du es ihm gezeigt. Ich habe ihn alles gut. Oh, ich habe ihn alles gut. Nicht überhaupt nicht. Doch, doch. Warte, ist noch einer. Genau da. Und alle drei. Nur noch fünf Minuten. Wir müssen hier runter. So leid es mir tut. Ja. Habt ein TLB. Oh, das ist zu weit hinten. Das ist zu weit hinten. Ah. Ich habe ihn nicht. Oh mein Gott. Noch drei Minuten. Ein Problem. Oder meint. Ich bin krass. Du wurdest besiegt. Kämpfe erneut. Der Herrlichkeit ist der Schluss. Was ist mir wert? Ich stehe einfach irgendwo hinten mit dem Scout Rifle. Oh Gott. Let's go. Da hast du go next mäßig. Das kann nicht sein. Let's go. Nice team skate. Bis er einfach teleportiert. So viel werden die Helm nicht ohne Kill machen. Ja, okay. Nein. Ich habe die falsche. Let's go. Hunter down. Zu viele. Viel zu viele. Alles gut. Ich jump jetzt nicht mehr durch und kill den, weil ich krass bin. Ich fall von der, glaube ich. Alles gut. Ich habe ein teammate. Kein Ding. Kein Ding. Das kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft. Nichts. Keiner will noch mehr. Juhu. Warum ist hier keiner mehr, der mir hilft? Oh mein Gott. Ah, da bin ich dead. Mann, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Alles gut, dann hole ich mir. Was ist noch einer? Er kommt einfach zurück. Ich habe alles noch gerne. Wer muss. Zwei für ein. Sehr gut. Miene connect nicht. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Werde ich hier kann ich nichts machen. So, Geil. Ich bin dabei. Dann ist auch one. In einem Stein. Oben. Was? Respekt, Jäger. Das sind drei. Bei mir. Bekomme. Einer Swann. Nehm doch das Schwert in die Hand, Mann. Ja, geil. Er ist ein Millimeter da unten. Nun bist du mit Herzstuhl dabei. Hab dich, Bro. Let's go. Es bleiben noch 30 Sekunden. Du gehst hier auf deiner Gornix. Ein wohlverdienter Sieg. Ich sehe nicht, ob ich ihn treffe. Können wir es tun, dass bin ich nicht hier. Können wir es so tun. Danke schön. Sehen wir es nicht. Du hast dich daher hingesetzt, oder was? Nein, 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 nein. Ich würde nicht in einem Stein crouchen und beten. Ich habe es gesehen, Gubi. Ne, 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 ne. Ich stream nicht, ich stream nicht. Das ist eine Wiederholung. Ich habe es dem Gegner Einhalt geboten. Ballrunner ist auch eine wirklich geile Waffe, ne? Ey, Gubi, spielen wir mit mir die Story. Warum bist du denn jetzt so? Weiß nicht. Alter. Und in Story, es gibt ja jedes Season eine Story. Da sind drei in den Gang vor. Ja, habe ich gemerkt. Ich bin da. Ja, Spongebob. Ja, Wolf. Spongebob. Spongebob, was? So schön löchelt? Hm, so ähnlich. Ja, kein wenig in die Luft hier, oder so. Du hast deinem Gegner das Licht ausgepustet. Da kommt ein Shoulder Charge Warrior aus dem Dark Lear. Ja. Oh, mein Gott. Den habe ich. Das glückt mir nicht krass. Oh, ja, das ist ein Bubble irgendwo. Genau, mein Humor. Okay. Hast du Bock, da reinzugehen eigentlich? Hm-hm. Ich bin drin, die sind im Bogen, die sind im Bogen. Du musst nur einen, du musst nur einen Titan King. Komm, please, alle im Bogen. Irgendeine. Ich hasse euch alle. Ich wollte reine Lager, aber der hat jetzt auf dem Boden. Mann. Ja, da ist schon wieder der Shoulder Charge Warrior. Ja. Oh, nee, nee, nee. Ich habe einen Double-Tap bei dir drüben. Ich habe die Shoulder Charge Jordan. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Gopi? Alles gut, alles gut. Ich habe einen geiler Anschluss. Nicht alles gut. Wie viele sind da hinten schon wieder? Versammeln wir mal ein paar für mich. Einen habe ich. Ja, zwei dort nicht. Fuck. Anscheinend ist sie hoch in die Mitte gejumpt. Da ist sie. Ja, jetzt habe ich meine Brüder dabei. Nicht so geil. Was ging ja ab? Ich habe einen getroffen davon, ne? Alles gut, da waren zwei. Das ist gut. Oh, oh. Oh, Mann. Was mache ich denn da? Da pusht noch einer. Drei, drei. Hör den Weg. Fuck. So, correct. Ich kriege hier keine Down-Off-B. Ich bin hier etwas alleine. Sie sind hier alle in der Munde. Skate. Skate. Ja, beiden. Ich bin auf dem Weg zu dir. Jo. So viel Muni habe ich gar nicht drin. Fick den mal jetzt. Der wird auf dem Weg. Ja, Mann, das ist nett. Egal, ich gehe da voll rein. Die sind beide in mich gerannt. Ich habe bloß blocken gemacht. Warum kriege ich Damage. Ich wollte sie mit seiner eigenen Down-Blade umnieten. Spoiler hat nicht geklappt. Fuck. Ich habe beide mit der Nade. Oh, hinter mir. Beide wonnen. Nee, ich habe beide. Nein, du hast ihn. Oh, danke. Es ist unmöglich. Wie tötet der mich? Zweier für einen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Ah!